Der Mindestlohn steigt am 01.01.2024 auf 12,41 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, jetzt ist es raus. Am 26.06.2023 hat die Mindestlohnkommission entschieden. Denn der Mindestlohn steigt von derzeit aktuell 12 Euro auf 12,41 Euro zum 01.01.2024. Ich habe dazu gleich mal eine Pressemitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes aufgerufen. Und die sagen in der Pressemitteilung 032, dass es eine enttäuschende Mindestlohnanpassung gegen die Stimmen der Gewerkschaften ist, die hier beschlossen worden ist. Also die Mindestlohnkommission hat heute am 26. den Mindestlohn neu gefasst. Zum 01.01.2024 sind es 12,41 Euro und zum Januar 2025 steigt der Mindestlohn dann von 12,41 Euro auf 12,82 Euro. Das entspricht prozentual ungefähr 3,4 Prozent mehr Mindestlohne und im zweiten Jahr sind es nur 3,3 Prozent. Meine Damen und Herren, ob das jetzt wirklich viel oder wenig ist oder wie auch immer, auf jeden Fall haben wir jetzt erst einmal einen entsprechenden Beschluss der Mindestlohnkommission, sodass sozusagen die Diskussion und auch die Forderungen um die 14 Euro jetzt erst mal vom Tisch sind. Aber wir wissen, der Mindestlohn steigt zumindest zum 01.01.2024 auf 12,41 Euro. Meine Damen und Herren, näher ist zu diesem Thema. Finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.